Dieses Problem haben wir ja eigentlich seit dem Aussetzen des Asylpakts mit der großen Krise 2015. Seitdem haben wir im Grunde genommen hier Wild-West-Zustände, muss man sagen. Und wenn wir Glück haben, werden die Flüchtlinge von anderen Staaten aufgehalten, also siehe Thema Ungarn, also Länder, die in der Tat noch ihrer Aufgabe nachkommen, ihre eigenen Grenzen zu schützen, dann für uns mit die Migranten aufhalten. Aber bei uns scheint doch kein politischer Wille vorhanden zu sein. Und wenn wir uns jetzt die aktuellen Zahlen angucken, 30.000 Erstanträge allein für den Januar. Wir haben ja eine Unterbringungskrise, eine zunehmend sich verschlimmernde soziale Krise, die dadurch ausgelöst wird. Wir hören von Containerdörfern, gerade in Mecklenburg-Vorpommern im Dorf Opal, wo sozusagen eine 1 zu 1 Quote hergestellt wird zwischen Asylanten und Bewohnern, dass das gesellschaftlicher Sprengstoff in Reinform ist. Das muss doch allen Beteiligten klar sein.